Martin Preineder von der ÖVP Niederösterreich setzt fort. Die Frau Kollegin Gruber-Brun hat gerade gesagt, dass sie, wenn sie die öffentlichen Verkehrsmittel, das gut ausgebaute Verkehrsmittel in Wien benutzt, dass sie mit einem geringeren Klimabonus bestraft wird. Der Klimabonus ist ein, ich berichtige tatsächlich, der Klimabonus ist ein Ersatz für die geleistete CO2-Abgabe, die jene leisten müssten, im ländlichen Raum auf Mobilität mit Treibstoffen angewiesen sind. Und dadurch auch höhere Steuerabgaben leisten müssen.